Warum probierst du eigentlich nichts? Ich tu doch gerade. Ich weiß nicht, wer es ist. Hohe Konzentration. Es passiert einem, wenn wir es besonders gut machen wollen. Du kannst so gut kochen, da sieht man mal, dass Minister auch noch Menschen sind. Ich habe mir früher schon immer gedacht, hier im Herrenhaus könnten wir miteinander Küche aufmachen. Was meinst du, was wir für ein Zulag hätten? Unbezahlbar. Am besten vertrage ich Bier, ehrlich, das sage ich allen. Mir tut das im Magen so nicht, wenn ich ein Bier trinke. Wir kriegen heute noch ein Bier. Da trinkst du zum Hirschen ein Bier? Ja. Oh, nicht mal. Jetzt sind wir zufrieden miteinander, oder? Total zufrieden. Ich hoffe, du bist zufrieden. Und unsere Familien können auch zufrieden sein mit uns. Ganz ehrlich.